So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Extraktion mit meiner Wenigkeit und... Ja, Chewbacca. Hallo Leute, euer Vormarsboy ist auch wieder dabei. Chewbacca an meiner Seite. Viel Motivation. Motivation. Ja. Ich bin mal gespannt was jetzt kommt. Lange Ladezeit. Es ist eigentlich so. Beim Löten der Verbindungsstelle... Ach, ich bin mal ganz stark. Moment. Ja, du musst drücken. Ja, einen Moment bitte. Drücken Sie Start. Ja, dankeschön. Jetzt ein Heady A. Oh, ihr Heady ist geil. Gib den erstmal fette Heady A. Ich weiß gar nicht, warum man die auch am Abschießen kann. Gib dir das doch, du kannst hier abknallen. Mwahaha. 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 Erstmal 11, 8, 8, schnull anrufen. Warum ist das so? Jetzt kann man nicht mehr oder wie? Falt die Taste. 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 Elf. Ach, mach, schnull. Die helfen dir nicht weiter. Das ist ja nicht mehr. Das könnte sein. Das ist aus der Medikation. Oh mein Gott. Nicole. Es ist McNeil. Wir haben uns alle. Wir haben uns alle. Shit. Es ist eine Art. Es ist eine Art. Sie kann nicht. Oh ja. Was? Oh. Nein! Nicole, nein! Nein! Verdammt, Nicole! Nein! Nein! Zur Information nebenbei. Die hat sich nicht umgebracht. Sie hat ein Gegengift eingespritzt. Also sozusagen, sie hat versucht diese Infektion aufzuhalten. Und sie sieht so tot aus jetzt gleich, weil sie so fertig mit den Nerven ist. So, einfach nach Schnuller hat weitergeholfen. Es geht weiter, ey. Puffala! Puffala! Alle! So ein Scheiß, ey. Ich will was probieren. Was? Ah, okay. Wenn ich hier rüber gehen kann, ist es auch ein schlechtes Nachladen. Gut. Hm, 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 hm. Ach ja, ich kenne das ja schon alles. Dr. Howell, eben mein Vater und Sam? Was bin ich? Nö, das Gegenteil. Wo ich gerade war, hey! Das ist im Gegenteil, ey. Ich glaube nicht. Wie ist dein Mann? Du, ey, in der Dunkelheit. So! Hör damit! Okay, Stase! Dickmann ey, Mann ist der Dickmann Oh, hi Ist dir auch schon aufgefallen, dass wenn man einen Typen vor dir mit Stase einfängt, dass die dahinter warten müssen, die Monster Das ist so genial, das ist jetzt aufgefallen Nein, 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 nein Nein, was? Oh Oh, fuck, nix bekommen Nix, 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 jetzt so wohl Irgendwie die Kennel Da war wieder was Ruckel-Action Oh, Dickmann Draufschießen Äh, ich putz mal, genau Was geht das schon wieder los, ey Äh Man erkennt die Gegner überhaupt nicht Okay, äh Äh Dallaaaa B 1 B� Lassen Sie das sein getroffen erlebt doch oder auch nicht oder auch nicht doch okay da war es schon wieder bekommen die alles nach schutzbewerb vor Ort beide gleichzeitig in Strasse man sieht es sich aus die auch das hat Köln und Prozent der Exklusivtyp kommt zu nah der kommt zu nah Kommst du da, kommst du da, kommst du da, kommst du da. Schießt die, kommst du da. Schießt sie nur den Arm ab, fuck. Oh, Heilung. Nein, ich drück die Falschung ab. Wo ist der? Ich seh sie nicht. Da oben. In dem Moment hast du gerade wohl den Längen schon gezogen. Wo ist der? Da, an der Wand. Du siehst, wo es blinkt. Das hat er mir geschrien. Das hat er mir platt gemacht, wie ich es sowas nutze. Ja, das erste Mal, seitdem wir hier sind. Puh! Da. Ich muss so bekommen. Ich glaube ein bisschen. Nö. 22. Wow, ich hab einen zwölf Schuss mehr. Muss echt sparsam sein. Auch eine Heilung, Heilung, Heilung. Gib ich hier, hee, hee, hee. Dunkel, dunkel. Ja. Ja, ja, ja. Apfel, oder nee, übernehmen und da oder durch, ne? Ja. Da haben wir einen Schuss drin im Pad, oder? Bist du dran? Ha, ich nicht. Dafür mach ich alles falsch. Egal, wer man das bekommt. Wo ist er? Rennen wir wieder wie Assis. Yeah. Okay, 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 okay. Sieht doch gut aus. Noch. Wo ist er? Da lebt er. Oh, das ist so eine Sau. Fahr zur Hölle, ey. Ich glaube, ich werde mal was drauf schießen. Schade, dass man die nicht abknüren kann. War doch irgendwie klar, dass wir wieder die Drecksarbeit machen müssen. Die AA-Canon, kannst du dich noch da erinnern? Dead Space. Die ist ja deaktiviert in Dead Space 1, und wir müssen die ja... Genau. Ja, das hat mich jetzt gerade daran erinnert. Wir müssen jetzt diese Kanonen, die den Meteoriten bei Dead Space abknallen müssen. Die müssen wir jetzt abschalten, damit wir weg können. Braves Mädchen. Den werden wir brauchen, ey, ohne Scheiß. Oh, ja. Bitte kaum keine Unterzuckerfische, ey. Unterzucker. Spiel kriege ich einfach nur Zucker. So, öffnen. Open the door, please, ey. So, das sind wir nun, und es ist immer noch ein Schwarz. Oh, Gott. Jetzt Eckart. Verdammt. Na, ich hab's auch bekommen. Danke nur. Es geht jetzt schon los. Hab ich's eigentlich schon erklärt, das mit dem Marker, was er eigentlich macht. Macht's wahnsinnig. Die Menschen wahnsinnig bringen sich entweder gegenseitig um, oder machen halt Begehen Selbstmord. Na, ja, das ist also der Marker, der Begehen Selbstmord, glaube ich, ja, gesagt hat, und da kommen die Viecher und machen neue, ja, könnte man sagen. Und, ähm. Da vermehren sich sozusagen. Genau, und die Lexien ist unsere Beschützerin, also. Ja, wenn bei dir in der Nähe sind, dann kommt diese Wahnsinn. Boah, alt hab ich schon schon. Ja, das war zum Beispiel einer, wo der Wahnsinn gehen soll. Der Kanone, was war das nochmal? Das Ding, ne? Ja, genau. Das war Impuls. Was ist das? Du gehst mal beim Flammenwerfer. Wirst du das? Ja! Oh, nein, bitte nicht. Das ist doch was. Geh, du bist blöd. Hey, gib, nein. Nicht nachgucken. Nö. Dreh dich bloß nicht um. Dreh dich bloß nicht um. Der macht's. Und da zocker. Oh, Gott. Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Und was jetzt? Äh, ich hab's nicht. Natürlich. Wir sind zu noch anders sein. Also, Stase versetzen. Wow, aber Situationen, ey. Oh, er hatte, dass du dieses Ding mit diesen... So, ähm. Da kommt wieder so ein Vieh mit dem Ding, äh. Äh, äh. Was können wir nehmen und... Ja, oder drauf knallen. Oh, ich wollte es doch genau... Oh, ich wollte es doch genau... Oh, einfach alles aufnehmen, ey. Rauchschießen. Alter, wie es hier explodiert. Da kommt wieder... Oh, ich hab's rumzuwackeln. Gott, verdammte Axt. Das ist wieder oben und da ist kommt wieder dieses... Äh, aber die Bomben braucht gut. Gute Beschreibung für ein Vieh. Es kommt näher. Ich sehe nix da genau. Ich sag, dass jemanden, der kurzsichtig ist, Treffer. Ja, ich sehe, wie gegen den Scheiß ist... Einfach unterschrungen. Ich kreuz einfach nicht, so. Nö. Und jetzt? Komm, der lebt noch. Der zuckt noch. Ach, der zuckt. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's mir alles, ey. Die schießen die Eier ab, dann zuckt er nicht mehr. War da ab, jetzt kriegt er eins. Der schlug bestimmt noch auf. Oh, als ist noch an ihn, kann ich sagen. Natürlich! Genau. Scheiß hier. Verdammte Kacke. Voll die Eier. Ähm, ich meine. Vielleicht war's auch eine Frau, und hast sie voll in die Möse geschossen. Ich hab's auch schon gesehen. Oh, kennt's noch? Ja. Oh. Nein! Ich werde das sehen. Oh! Natürlich. Das ist ein... Ich werde das sehen. Natürlich. Oh mein Gott, what the fuck? Kurzinformationen, nebenseits, dieses Lied wurde von einer, ähm, Frau gesungen, die bei Dead Space mit gearbeitet hatten, ihr ist das Lied einfach so mal eingefallen und jetzt einfach während des Arbeiten gesungen, das haben die dann mal reingebracht. Ich finde, das Lied auch so geil, einfach nur, ey. Ich glaube, das geht automatisch kaputt. Nein, wenn du, wenn du fertig gesucht hast beim Drehen, musst du das, da kann man erst die Dinge verschneiden, wie ich es gemerkt habe. Jetzt bewege ich mich mit dem Dudals auf. Das ist das Wiederaufladen. Wiederaufladen, das ist doch, wenn man stirbt, oder? Wiederaufladen hört sich aber nicht so sehr an. Mal umschauen. Doch, Wiederaufladen. Das klingt doch so, als wenn man stirbt. Mein Herz. Ich kann nicht mehr. Ouch, das muss doch wehgetan haben, ohne Scheiß, ey. Na, das ist Fleisch. Lass uns mal die Grillfeier machen. Wehm, wir müssen nichts Fleisch, was du nennen. Ich glaube, das ist eher Fleischgewebe, so wie es aufgebaut ist. Wie ein Ding, was du dir hier machst, du so greifen, ey. Da sieht man einfach gar nichts mehr, ey. Was zum Teufel ist jetzt wieder. Wahrvorstellungen? Da liegs. Oh, da war noch was. Egal. Munition. Ich bin mir da mit der Fertigung abgießt, ey. Ich mache das jetzt nochmal so. Oh. Oh, nee. Jetzt geht's los, ey. Für diese Viecher ist es, glaube ich, das Beste. Die Shotgun. Shotgun, whoa. Energie Cannon. Schranken, ohne. Wie viel zu nutzen, ob es geht. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich liebe dieses Lied, ey. Jedes Mal, oh, 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 nächstes Spielspiel. Oh ja. Ist einfach gepasst, ey. jetzt hallo Wutte 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 Alter ich kann kaum reden ich bin so angespannt ich bin aufgefessert Gras und der Flüster Wutte Toll es hat meinen Knopf geklemmt ey Bullshit Alles Bullshit Wohnein Nunchuck ey Ich hab mir Geld auszugeben dafür Ich kann ja entschränken ich hab drei Oh ja Ich hab drei aber nur einen Controller Haha Ich weiß gar nicht warum ich drei hab Was ist da? Da ist erstmal 3000 Schüsse draus ey 202 und ich hab mitgezählt Für mich war das irgendwie 5000 ey Ich kann das schaffen genau Da fehlt auch noch ein Ding Oh die lock Okay What the fuck Früh nachgeladen Shit Fuck Fucking shit What the fuck Schütteln wir ein bisschen damit das wieder heller wird Oh ja Oh yeah So scheiße draus Komm Ich glaube ich kann nichts mehr tragen Ich hab schon 300 Ja Ja Ich kann nichts mehr tragen Ich kenne es echt mal ab und zu mal das ist nicht gut Jetzt nicht mehr Nur würde ich hier mal nachladen es ist immer der Fall Voll der Scheiß Ich hasse es in den Lüftungsschächten zu kriechen Wollte ich ja fast wieder die Möcce wegnehmen 1 So ein Fieber auf den Zerschuss Ich weiß Wollte ich ja auch immer ein Und der Fug Und der Fug Und der Fug Kommt da noch was Ne Boah halt habe ich mich gerade erschrocken diese fliegende Fleischbrocken Ich dachte schon was kommt jetzt schon wieder Up hinein Up hinein Up hinein Was kommt jetzt? Oh ne oder? What geht hier? What the fuck Was ich glaube ich was das machen muss? Die Dinger nehmen und rein schießen Gehen gemacht Ich hab's nicht mehr so was kommt Du das Chill Er chill weiter Ich chill ja was ein Scheiß Irgendwie mag ich das Wort nicht Ich chill 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 So Okay What the fuck What the fuck Die Gäste Kisten Okay Ich komm weg Ich komm mit Nio Tritt langsam durch Oh ne Es ist die Stelle die ich kenne Den müssen wir nicht aufheben oder Das ist bestimmt wieder das Ripper Okay Geht der gehört noch so Ich dachte es war wieder Flammenwerfer Flammenwerfer ist echt sinnlos Ripper genauso für meine Hinsichten Für meine Hinsicht Ja wir haben den ja gar nicht mehr Ich glaub den bekommt man nur mit der Frau Soll ich das machen oder willst du das machen? Was? Das hier Ich guck du musst die Dinger nehmen und nämlich da hinschleudern Ich mach mal Notfalls mal mit Äh ja Genau wie sowas Am besten immer nach unten damit man sieht Jetzt Ja probierst du Idiot Das war das Wer ist ein Video und ich? Ja Warum was hab ich gemacht? Nur so viel dazu ey Du rohle Birne ey Das ist wie meine Kugel Kann das sein Boah das war das wieder Was zum Ey bitte nicht Ich bin nicht sterben Ich hab mal gar keinen Bock drauf Was? Keine mehr drin Okay ich glaub das war's Oh Gott Meine Wenigkeit ey Oh Oh Da war was ich hab was blaus gesehen Ich hab's doch gesehen Ich hab's doch gesehen Ich hab's genau gesehen Ich hab's genau gesehen So hier Oh ne Oh ne Damit Erhoben das blaue Was?